ja ich habe post bekommen und zwar vom söldner messerladen ein schönes paketchen mit ein paar messerchen drin ich mir rausgesucht habe und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam auf und schauen mal ganz kurz was da drin ist und ein ausführliches review wird es dann im nachgang natürlich auch noch mal geben aber einfach mal ein kleines anders so papierkram und noch mal papier und jetzt kommt hier mal was raus und zwar ein erstes und zwar ein san rennu die ganze genaue bezeichnung weiß ich jetzt gar nicht mehr genau ich glaube es 708 oder sowas war es und zwar ein san rennu ein feststehendes modell ein schönes kleines fixt das wie ich finde echt schick aussieht das war so ein bisschen was anderes für so ein kleines fixt eine schöne daumenrampe und so geht's raus jo also liegt schon mal gut in der hand finde ich gar nicht verkehrt das schauen wir uns aber dann noch im detail an und da schauen wir noch mal was ist denn sonst noch da drin ist schönes und zwar ein ganz so und zudem habe ich mir auch schon das ein oder andere video angeschaut und das finde ich auch recht cool und deswegen schauen wir uns das dann natürlich auch noch mal in detail an später so schaut das aus ja das ist so ein so ein teil hier dieser guttrieben den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht aber man stört mich auch nicht dass da drin ist aber das messer an sich ist glaubt echt richtig cool oh ja eine schöne klinge das hier sind so reflektierende oder nachleuchtende elemente mit drin also das liegt schon mal gut in der hand macht einfach mal beim ersten auspacken recht guten und soliden eindruck da bin ich aber nur gespannt das war man natürlich auch noch testen und dann ist noch ein weiteres schätzelein mit dabei ein kleiner sparschäner wenn man das sparschäner cool ich glaube den habe ich so mitbekommen vielen dank dafür und dann kommt hier noch etwas raus was ich gesagt habe mensch das gefällt mir so gut und nach diesem sif das ich vorgestellt habe hat mich die marke mit garz nicht mehr los gelassen und jetzt habe ich zumindest hier eine ein mit garz design und zwar mit dem little twalen und jetzt haben wir jetzt mal raus da bin ich natürlich ganz gespannt drauf so gut scharf mag ich schon das ist es das schätzelein ja geil das mit garz ich finde das cool also ich finde die mit garz besser ich weiß der ein oder andere markti vom design her nicht weil die eben so fett sind so so klobig ich finde es ich finde das mega ich feiere das mega ab ich finde es richtig cool aber auch das schauen wir uns natürlich noch im detail an und das hier war jetzt einfach nur ein kurzes unboxing damit ihr gesehen habt was ich denn da bestellt habe beim söldner messer laden ich sage vielen dank fürs zuschauen seid gespannt auf die drei videos die da folgen worden und bis zum nächsten mal tschüssle bei bei und macht's gut